Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast von und mit Juli Karls, MLB-Rookie, Beoboing, Mishka-RPG und Derko Ali. Folge 10 Götterwelt Teil 1 Mit dabei Juli Karls, Mishka-RPG, MLB-Rookie und Perle. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Neulich in Aventurien. Wir möchten heute das Thema aventurische Götterwelt ein bisschen anreißen und darüber bunt verdiskutieren. Heute mit dabei zum einen die Juli Karls, der MLB-Rookie und der Pölle. Hallo. Und ich, der Mishka, habe heute das Privileg, die Sache so ein bisschen zu moderieren. Vorab, wir sind alle DSA-Spielleiter. Das qualifiziert uns darüber zu reden. Oder auch nicht, jedem, wenn man sei. Aber wir haben noch quasi als Experten den Pölle mit dabei, denn der hat im echten Leben wirklich was mit Theologie am Hut. Gut. Und deswegen schiebe ich jetzt mal direkt den Ball in diese Ringe-Ecke und sage, wir haben ja ein polytheistisches Pantheon-Pölle in Aventurien. Ganz kurz in den Nutshell, was versteht man unter Polytheismus? Also, von der Wortbedeutung her ist das grundsätzlich erstmal viel Götterheit. Allmächtigkeit heißt, es gibt eben nicht nur einen Gott, der abgeschlossen jenseits der Welt steht und dementsprechend alle Vor- und Nachteile, die zum Beispiel der christliche Gott mit sich bringt, genießt. Sondern wir haben ein Bild, das aus teilweise sogar unendlich vielen möglichen Gottheiten besteht, die sich unter Umständen auch Aufgaben teilen, die sich dadurch auch natürlich Macht teilen. Also, Allmächtigkeit ist in einem polytheistischen Weltbild eher nicht primärer Gedankengegenstand. Und so ist es ja auch in Aventurien. Wir haben diverse verschiedene Gottheiten, die sich Aufgaben teilen, Vorlieben, die aber im Prinzip auch anthropo-äquivalente Eigenschaften besitzen. Also, Leitempfinden, Pläne schmieden, auch eindeutig durchaus auf Dere wandeln. Und das zieht Götter grundsätzlich vom Bild her schon ein bisschen auf die Erde oder auf Dere in diesem Fall, macht sie ein bisschen greifbarer und führt ja auch dann dazu, dass wir im Schwarzen Auge eine sehr breite Geweidenschaft haben mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Moralkodizes und ja auch Fähigkeiten. Ja, da sind wir schon mittendrin. Ich stelle mir einfach mal eine steile Hypothese in den Raum. Ich behaupte, Schwarze Auge an sich wäre als, oder Aventurien wäre als Welt nicht so bunt und so vielfältig, wenn man von vornherein gesagt hätte, ja, wir übernehmen jetzt unseren monotheistischen Glauben, es gibt einen Gott und fertig ist der Lang. Würde ich zustimmen. Würde ich zustimmen. Würde ich zustimmen. Ich glaube, es erleichtert auf jeden Fall Vielfalt in die Spielwelt reinzubringen, sozusagen unterschiedliche, den Göttern unterschiedliche Sphären auch zuzuordnen, ja, so des alltäglichen, des alltäglichen Lebens, unterschiedliche Domänen den Göttern zuzuordnen, bringt auf jeden Fall stärkere Schattierungen da rein, als wenn man sozusagen auf ganz Dere, auf dem ganzen Kontinent Aventurien, also vielleicht mit wenigen Ausnahmen oder so, ja, einen starken monotheistischen Glauben hätte, vielleicht mit entsprechenden kirchlichen Institutionen, die dann auch dazu gehören. Da gibt es natürlich dann auch Schattierungen und Abstufungen und verschiedene Ausprägungen, vielleicht Präferenzen, was man da so für Aspekte hervorhebt, aber ich denke, der Polytheismus, der Zwölfgötter-Glaube erleichtert die Realisierung oder die Darstellung von Vielfalt in dieser Spielwelt. Ja, definitiv. Es ist ja, also allein, wenn man nur sich auf die drei zwölf Götter jetzt beschränken würde, selbst die tragen ja Gegensätze in sich. Die sind ja, da ist ja jetzt, ich sag mal, fast Gegenspieler, die nicht unbedingt gleicher Meinung sind ja alle Götter, auch wenn das Teilung von bestimmten Aspekten sind, sieht man ja zum Beispiel, Fakes und Pryos sind ja nicht unbedingt, dass sie die gleichen Meinungen in vielen Aspekten vertreten. Und es ist halt auch ein sehr, sehr großer Vorteil, je nachdem, in welcher Region, aus welchem Leben man welchen Charakter gerade spielt, dass man entsprechend einen passenden Gott immer zur Hand hat, als Spieler oder eben als, ja, der Charakter. Ob ich an der Küste wohne, von welchen, ja, wodurch ich im Leben gerade geplagt werde, das macht ja Aventurien und die SA ja sowieso sehr stark aus, dass es ja da nicht nur um Helden geht, sondern um Personen aus dem alltäglichen Leben. Und da spielt, ja, der Götterglaube tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Rolle in jeder Handlung und in jedem Leben, ja, was man so vorher gelebt hat, bevor man irgendwie seine hellen Taten vollbringen konnte. Ich finde, die in schwarzen Auge ausgestaltete Götterwelt schiebt den Abenteueraspekt nochmal ein bisschen nach vorne. Zum einen, weil Abenteuer für mich ja auch ausmachen, Neues kennenzulernen. Neue Welten erforschen, neue Personen von neuen Personen hören, neue Personen kennenlernen. Als NSCs zum Beispiel oder eben auch als Spielercharaktere. Und da bietet das natürlich immer eine unglaubliche Vielfalt. Selbst wenn ich nur innerhalb des Mittelreichs mit dem Zwölfgötterglauben bleibe, habe ich immer nochmal die Möglichkeiten, Geweihte unterschiedlicher Arten kennenzulernen und auch Aspekte an denen kennenzulernen, die ich halt immer noch nicht kenne. Also ich finde zum Beispiel, dass Preios-Geweihte deutlich mehr Facetten bieten können, als sie oft im Rollenspielerischen dargestellt werden. Und ich finde, das macht das halt heiß. Also nicht nur, weil es der Sonnengott ist, sondern überhaupt, weil das Ganze dadurch lebendiger wird. Und dadurch, dass ich halt eben ein ganzes Portfolio an Gottheiten habe, aus denen ich auswählen kann, kann ich da viel, viel besser auch noch spitzfindig für mich Gewissenskonflikte zum Beispiel rausarbeiten und dadurch eben Geschichten spannender machen. Immer zurück zu meiner Ausgangsfrage mit dem Vielgötterkult. Macht das die Welt so bunt, wie sie es erst lebendig hat, der quasi bejaht? Für mich hat es noch so ein bisschen den Aspekt, man könnte ja auch sagen, man macht einfach mehrere monotheistische Religionen, die Konflikte bringen und so weiter, würde für mich aber das Spiel schon zu real machen, also zu sehr in unsere reale Welt angelehnt. Also mein Bauchgefühl sagt mir, die haben bewusst dieses polytheistische Pantheon gewählt und nicht wirkliche Religionen, die sich gegenüberstehen, damit sie a. was haben, was die Menschen noch so ein bisschen eint und b. weil es ja auch wirklich so ein Finger zeigt auf unsere Vergangenheit beziehungsweise auf die klassische Heldenzeit ist, ob das jetzt Römer sind oder Ägypter, doch Ägypter ja auch, weil auch polytheistisch, ich meine jetzt Griechen, hat für mich mehr so den Helden- und Abenteuer-Touch, als wenn ich sage, wir reden über mehrere monotheistische Religionen. Und das täuscht mich, war mein Bauchgefühl, und ihr seid anderer Meinung. Ich hatte gerade genau den gleichen Gedanken. Ich kann mir vorstellen, dass es auch wichtig war, einen gewissen Kontrast zu schaffen zwischen dem, sagen wir mal, in weiten Teilen Aventuriens vorherrschenden polytheistischen Götterpantheon und dem in unserer Welt, zumindest in den Hemisphären, wo, sehe ich, DSA und D&D entstanden sind, dem dort vorherrschenden Monotheismus. Ich glaube auch, dass die Welt durch diesen aventurischen Polytheismus, sage ich jetzt mal, also wir wissen alle, es gibt auch monotheistische Regionen in Aventurien, aber dass dadurch bei den Spielern auch stärker das Gefühl aufkommt, dass sie sich dort in eine anders geartete Welt hineinfinden, wo eben nicht alle die gewohnten, ich sage mal, Gebote, Gesetze, Gepflogenheiten, moralischen Standards vielleicht herrschen, die für uns jetzt im westlichen, wenn man so will, westlichen Monotheismus vielleicht gelten. Ich glaube, das war auch ein Aspekt, der da mit reinspielt. Oh, spekulativ. Also im Prinzip hast du dadurch zwei Probleme, wenn du versuchst, einen klaren Monotheismus in Aventurien reinzuprojizieren. Du hast zum einen entweder das Problem, eben, dass du dann für alle Kulturen tatsächlich einen Gott im Hintergrund haben musst, der sich nur kulturell anders manifestiert. Das wäre dann wirklich wahrer Monotheismus, weil du hast ja noch eine Spielwelt im Hintergrund. Und das Regelsystem bzw. die Art, wie die Welt gebaut ist, würde es im Prinzip verhindern, mehrere monotheistische Gottheiten nebeneinander zu stellen, weil dann wäre es wieder Politheismus. Also das wäre dann im Prinzip nur ein verkappter Politheismus, der von den einzelnen Kulturen als Monotheismus angesehen würde. Das wäre dann aber trotzdem immer noch ein Politheismus, weil du eben diese ganzen Götter im Hintergrund agieren hast. Du hast ansonsten aber auch ein Problem, dass monotheistische Ansichtsweisen sehr unvereinbar miteinander sind. Also wir sehen das ja in unserer Welt auch, dass es da immer wieder zu Konflikten führt, weil eben monotheistische Religionen sich schwer tun, den anderen anzuerkennen. Oder historisch sieht man das ja sehr, sehr deutlich, dass sich die immer schwer getan haben, das andere anzuerkennen. Und das hast du in DSA ja gerade nicht. Also du hast diese Sicht zwar so, ja, ja, ihr habt euren Gott, das mag ja sein, unserer ist besser, so. Aber im Prinzip wird erst mal dem anderen seine Gottheit nicht abgesprochen, weil es eben dieses politistische System gibt, in dem man sich einfach frei bewegen kann. Da gibt es dann auch verschiedene, gerade von Anerkennung, also sehen wir ja gerade im Horasreich mit dem Schinxierkult, der ja sehr unterdrückt wird, weil Rondra da so stark ist. Aber es wird zumindest grundsätzlich nicht widersprochen, dass es einen Gott wie Schinxier gibt. Und das macht schon mal was mit einer Welt. Also würde eventuell auch den einen oder anderen Konflikt noch hervorholen, der eventuell auch spieltechnisch extreme Auswirkungen hatte und vielleicht sogar die Welt ein bisschen kaputt machen würde. Auch das ist Spekulation, aber könnte ich mir gut vorstellen. Hinzu kommt, dass ja die vielen Glaubens, Richtungen oder Ableger oder ähnliches, was jetzt nicht direkt den, wenn es jetzt keiner der zwölf Götter ist, sind die irgendwie immer mit den zwölf Göttern verbunden, erklärbar oder haben irgendwas damit zu tun. Es gibt nur wenige, also zum Beispiel einen monotheistischen Glauben gibt es ja, das ist der Draschler-Glaube, der ist ja komplett außerhalb. Ist auch sehr schwer, finde ich, den als Spieler zum Beispiel in eine Gruppe, die mit dem zwölf Götter glauben, durch die Welt läuft, reinzubringen und zu spielen. Und ansonsten, glaube ich, nur so ganz exotische aus den Dschungeln irgendwelche Glaubensrichtungen oder Götter, die jetzt nun nicht so direkt, ansonsten hast du ja alles, was irgendwie angebetet, verehrt wird, kann man ja irgendwie immer mit, in Verbindung mit den zwölf Göttern bringen, sodass man da zwar Konflikte hat, aber sich eben irgendwo einig werden kann. Und ich sage mal, der aus dem Horasreich wird sicherlich mit einem Nomaden oder mit jemandem aus Andergast oder aus dem hohen Norden, auch von den Torwallern, die werden auch noch zusammenkommen und arbeiten können. Da können interessante Konflikte entstehen. Aber sie würden sich nicht gleich um die eine Macht sozusagen, weil nur mein Gott der wahre Gott ist und es gibt keinen darüber hinaus, würden sie sich nicht gleich die Köpfe einschlagen. Das wäre nämlich sonst ansonsten sehr schwierig zusammenzubringen, weil dann hätte man ja eher eigentlich diesen Völkerkampf fast schon. Mein Gott gegen deinen Gott, so. Und da fände ich, glaube ich, das würde einfach zu viel Konfliktpotenzial bieten. Und in Aventurien haben wir ja nun den einen großen Antigott, den Namenlosen, den Dreizehnten, der Gegenspieler aller Götter sozusagen ist. Was wiederum das ja auch interessant macht, dass die unterschiedlichen Aspekte der verschiedenen Göttern dann ja eins gemein haben, nämlich den Widersacher. Das ist eine Frage, die ich mir gerade stelle. Ich kenne es in vielen Teilen, dass es den Namenlosen gibt. Also Zwölfgötterpantheon ist klar. Bei den Elfen gibt es ihn auch. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Zwergen, bei den Acharts ist. Ich glaube, der taucht auf jeden Fall in allen Glaubensrichtungen mit unterschiedlichen Namen auf jeden Fall auf. Ich weiß jetzt die ganzen Bezeichnungen nicht. Also bei den Elfen ist es Dahas oder sowas. Also es gibt auf jeden Fall genug Namen. Und am Ende ist es immer der der eine Widersacher. Was ich auch spannend fand, dass man diese diese Doppel, wie soll ich das jetzt nennen, zur Ermangelung eines vielen Wortes empfinde ich auf eins, Doppelwidersacherigkeit benötigt. Also für jeden Gott gibt es einen Gegendämon, einen Antigott, wie man das auch immer nennen will. Aber sie brauchen immer noch mal den 13. Gott, der auch Widersacher der Götter. Das finde ich persönlich sehr interessant. Als wenn man nicht genug Probleme mit den Dämonen hätte. Er ist ja der Ursprung, der die Dämonen aus der siebten Sphäre reingelassen hat, weshalb er ja eigentlich dann auch bestraft worden ist. Genau. Von daher, er hat ja sozusagen, da er ja selbst gefesselt ist und ja nicht direkt wirken kann, hat er ja die Dämonen sozusagen mit reingelassen und hat seinen Anhänger. Wobei es auch super interessant ist, das hatte ich jetzt vor kurzem irgendwo gelesen, dass tatsächlich in allen Überlieferungen, die man aus Aventurien so mal findet und liest und sonst wie, es steht, dass der eine Widersacher irgendwann mal alle zwölf Götter besiegen wird und die ihm unterliegen werden. Also der Untergang ist sozusagen, naja, also festgeschrieben und das heißt ja immer so schön, wann, wie, wo, weiß man nicht, aber darin sind sich alles einig oder die Überlieferungen geben das her, dass die so davon überzeugt sind, dass die Widersacher eben dann am Ende gewinnen wird. Eine gute Geschichte braucht ja auch eine ständige Bedrohung, ansonsten ist es ja langweilig. Das klären wir alles in der Extrafolge die göttlichen Widersacher. Teil 13 der Götter und Kulte-Reihe. Teil 13, die, die den wahren Glauben anliegen, oder wie? Ich glaube, wir sollten festhalten, Aventurien ist eine Welt, die auch was Religionen und Glaubenssysteme anbelangt sehr facettenreich ist. Also von Monotheismus über Polytheismus hin zu Dualismus auf Maraskan meine ich zumindest, hin zu animistischen Richtungen, Schamanen, solche Dinge in Südaventurien, aber auch im hohen Norden. Was natürlich auch Herausforderungen für die Spieler bietet. Aber auch Möglichkeiten, Chancen und Möglichkeiten, sich in viele verschiedene Szenarios hineinzufinden. Muss ich ja mal klugscheißerisch nachfragen, ist das dann aber wirklich faktisch was anderes als Polytheismus, wenn ich an Geister glaube. Das ist dann kein Polytheismus mehr, oder? Ich bin kein Religionswissenschaftler, ich glaube das ist Definitionssache vielleicht. Deswegen fahre ich mal rüber zum Experten. Naja, Religionswissenschaftler bin ich auch nicht. Okay. Ich denke schon, dass es was anderes ist, wobei mir da das Fachvokabular fehlt. Gerade Animismus unterscheidet sich ja durchaus durch den Ahnenglauben auch noch mal ganz massiv vom Polytheismus. Also du hast auch in Aventurien hast du ja grundsätzlich eine polytheistische Sichtweise, wo Sterbliche den Status eines Unsterblichen erreichen können. Das haben wir ja in Satinav, der von einem mächtigen Magier als Strafe zu einem Gott erhoben wurde. Wir haben es aber im Prinzip da noch mal ein bisschen was anderes, wenn ich meine gesamten Ahnen als Geister in diesen Glauben mit einbeziehe und da auch also nicht umsonst ist die schamanische Form im Regelsystem von DSA ja nicht mit Kamal-Energie gefüttert, sondern mit Astral-Energie. Ist das im DSA 5 noch so? Wahres. Genau. Fünf haben sie es geändert und haben es mit Kamal-Energie gemacht, was ich super toll finde. Nehme ich das einfach zurück? Aber der Gedanke ist trotzdem da. Also nicht umsonst war es dann so. Der Gedanke noch mal da einen Unterschied zu machen zwischen der animistischen Religion mit den Schamanen und den tatsächlichen Priestern in der den ordinierten Priestern in der in der Welt eben des Politismus dann der feine Unterschied wird schon wahrgenommen. Darf ich eine Frage in den Raum werfen? Wir sprechen quasi so selbstverständlich darüber, dass das Glaube in Aventurien allgegenwärtig ist. Vielleicht sollten wir es erst mal klären. Ist das wirklich so? Ist die Spielwelt Aventuriens? Muss man davon ausgehen, dass für die meisten Bewohner des Kontinents es klar ist, dass es Götter gibt, dass sie Teil des alltäglichen Wirkens sind, dass sie eingreifen in die Lebenswelt und wenn das so ist, gibt es irgendwo nicht auch Flecken oder Spekulierer, Stichwort Magierphilosophien und sowas, die vielleicht Zweifel an solchen Überzeugungen hegen? Also ich muss gestehen, ich kenne jetzt keine Ratio zwischen Einwohnern von Aventurien, was Menschen sind, was Zwerge sind, was Elfen sind, weil die Elfen haben ja per Definition keine Götter oder wollen extra keine Götter, die Neumodischen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und klar, die Menschen, wie du jetzt ansprichst, die Magierphilosophie, die per Vernunft das Dekret der Götter ablegen. Das ist richtig. Aber sonst würden wir schon, wir sind uns irgendwie einig, dass Glaube, Religion in Aventurien eine doch wichtigere Rolle spielt als in unserer säkularisierten Gesellschaft? Fragezeichen. Ausrufezeichen? Zum Beispiel allein, dass die Schulen ja durch den Glauben geprägt sind, die Prajokstagsschule, die Hesinde-Schule, die Travia-Schule, also die wissensvermittelnden Einrichtungen, was jetzt nicht Akademien sind, sind ja erstmal glaubenstechnisch geprägt. Und da wird halt der Lehrer, auch wenn er Lesen und Schreiben beibringt, wohl noch ein wenig über den Glauben beibringen. Das unterstelle ich jetzt einfach mal, weil es sind ja Priester. Also in Aventurien hätte ich jetzt gesagt, das ist, ähm, wenn man jetzt, wie gesagt, diese besonderen Magier-Philosophien jetzt mal rausnimmt, ist, ähm, sind die Götter, ähm, absolut existent und haben sich ja in der Geschichte Aventuriens und auch in der Vergangenheit schon, ähm, ja nicht nur indirekt, sondern auch direkt gezeigt. Sie sind zwar jetzt, ähm, ja, mit dem Sternfall und der geschichtlichen Entwicklung Aventuriens nicht ganz so präsent, weshalb ja zum Beispiel auch, ähm, die Geweihten etwas mehr einwirken sollen, also für die Götter, weil die Götter ja momentan mit anderen Dingen, ja, ein bisschen mehr beschäftigt sein sollen, munkelt man, und, ähm, ähm, aber ansonsten sind sie ja, also ich, es ist kein Aventurier, der ganz normal, ne, also jetzt, wie gesagt, die Magierphilosophien rausgenommen, würde das ja bestreiten. Also, die gibt es, die sind da, sie sind existent und man wird damit groß, ja, ne, dass man denen nicht alltäglich auf der Straße begegnet, wo ein Tag sagt, ist nun mal eine andere Sache, aber, ähm, auch die, die, die Wirkung allein durch, 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 durch die, durch die Geweihten, ähm, sind ja, für, sozusagen ein direkter Beleg für, für die Existenz der Götter und das Einwirken. Macht für mich einen persönlich sehr großen Charme des Spiels aus, dass, äh, die Götter mit der Welt hart interagieren, also, äh, Beispiel der Untergang Havenas oder beziehungsweise im, äh, Abenteuer die Kanäle von Krango, dass man tatsächlich mit einer Götter, Göttin spricht, ähm, es aber immer noch so, in Anführungszeichen, selten und gut dosiert gesät ist, dass es nicht zum Alltagsgegenstand wird, wie es jetzt zum Beispiel in D&D ist, wo du halt einen Gott wirklich hart beschwören kannst oder einen Gesprächskanal, zu dem einfach Klack per Zauber oder per Anrufung aufmachen kannst oder zumindest einen hohen Götterdiener ans Telefon bekommst. Das finde ich, ist schon wieder sehr, sehr vermenschlicht. Hat er dann auch ein AB? Sozusagen, ja. Kann ich mit allen Leuten gleichzeitig sprechen. Götterkonferenz, Keine Atheisten, keine Agnostiker in Aventurien, alles gut, alles gute Gläubige. Die gibt's mit Sicherheit, also, zumindest wenn du so als SL brauchst, Geld, Geld für mich sowieso, ich baue mir die Welt so, wie ich sie als SL brauche, aber der 0815 Alrik, denke ich mal, der sein Feld bestellt, der wird zu Pireine beten und der, der irgendwie von Räubern überfallen wird, wird ein Stoßgebet zu Rondra schicken, dass sie seine Klinge führen möge, dass er abends nach Hause kommt und Travias Werk nachgehen kann und seine Familie versorgen kann. Während die Gegenseite einmal zu Fecks ein Stoßgebet ausstößt, dass er ihnen das Glück diesmal zur Seite stehen soll. Was für mich aber auch wieder eine Form von Rechtfertigung als Spielercharakter möglich macht, weil ich klaue ja nicht, weil ich einfach gierig bin oder weil ich niedere Triebe habe, sondern weil ich Fecks huldige, was wieder eine andere Herangehensweise fürs Spiel möglich macht. Also in meiner Welt ist wahrscheinlich sehr geprägt, weil ich Schwarze Auge sehr jung angefangen habe, ist aber Aventurien so ein bisschen, ich will nicht sagen verträumt, aber veridealisiert, wenn es dieses Wort gibt, also selbst wenn es Regelerweiterungen wie Cthulhu gibt, es wird niemals so eine grauenvolle, düstere Welt in meinem Geist zumindest werden können wie Lovecraft's Cthulhu oder selbst in der Borbara-Kampagne ist es für mich immer noch nicht so düster und trostlos und fürchterlich, wie es vielleicht in anderen Menschen Köpfe ist. Zusammen bringen die Götter einen großen Teil dazu. Aber zum Thema Atheismus nochmal, ich glaube, dass die Diskussion beziehungsweise die Denkstruktur bei inneraventurischen in Anführungszeichen Atheisten wahrscheinlich einfach ein bisschen anders wäre. Die Diskussion würde nicht geführt, gibt es Götter oder gibt es keine Götter, sondern die Diskussion würde eher geführt, was bedeuten Götter für mein Leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an also die Borbara-Kampagne aufgreife und da so an Schwarzmagier denke, die da auftauchen, dann erkennen die die Existenz der Götter durchaus an, die sagen aber grundsätzlich, die haben mir nichts zu sagen. Die sind selber überhaupt nicht, also die sind nur ein Gegenüber von mir und ich werde es schaffen, diesen Göttern ein Schnippchen zu schlagen und nicht nur ihre Pläne durchkreuzen, sondern vielleicht auch entweder selbst zum Gott werden oder zumindest ein Leben losgelöst von den Göttern führen können, um meinen eigenen Willen, meine eigene Macht durchzusetzen. Ich glaube, dass das eher auf der Ebene funktioniert, wenn man da tatsächlich die Götterwelt als solche ablehnt, dann steht man halt auch bewusst dort gegenüber. Genau, also diese Magierphilosophien, die behaupten ja nun nicht, also die sagen nicht, die existieren nicht, sondern sie sagen, das sind einfach nur Wesen, die entsprechend dem Glauben eine Macht haben. Das heißt, sie reden nicht die Existenz ab, sondern einfach die Macht, die man ihnen zuteil werden lässt und sie mögen dann vielleicht sagen, ja, das ist jetzt kein Gott, an den ich verehren muss oder sollte oder an den ich glauben muss, aber die Existenz als solche von Rondra, Prayos und all den anderen wird ja gar nicht in Frage gestellt. Also das tatsächlich ist mir noch nicht begegnet, vielleicht mag es irgendwo stehen, weshalb ich mich gefragt habe, ob man zum Beispiel in Aventurien überhaupt so einen Atheisten spielen könnte, ob es das überhaupt möglich wäre, denn das habe ich noch nirgendwo bis jetzt gelesen. Na ja, grundsätzlich hast du eine ganze Kultur von Atheisten in der Form, wenn du zum Beispiel den Ruhe- und Grohrglauben ernst nimmst, ja, also die grundsätzlich sagen, es gibt eine Schöpfer-Gottheit und es gibt eine Empfänger-Gottheit, aber die haben bis auf den Akt der Schöpfung und des Empfangens haben die erstmal keinen weiteren Einfluss auf die Welt. So, Ruhe hat die Welt geschaffen, hat den Diskus geschmissen und der fliegt jetzt. Das heißt, Ruhe steht da und wartet, bis Ruhr das Geschenk empfängt und in der Zwischenzeit geschieht das, was eben auf dem Diskus geschieht, ohne Einwirken der Götter. Ja, okay. Ja, das wäre aber tatsächlich auch sehr, sehr, sehr speziell. Wie viel ist auf Maraskhan? Ich habe die Frage mit einem bösen Hintergedanken gestellt, aber ich will das Gespräch hier nicht kapern und in eine Richtung lenken. Vielleicht kommen wir dazu noch, am Ende. Jetzt hat es uns aber neugierig gemacht, raus damit. Also ich stelle mal eine steile These in den Raum, die vielleicht, ja, die ein bisschen provokativ formuliert ist, aber eigentlich nur, ich möchte eigentlich nur problematisieren. Ich möchte eigentlich nur den Kontrast zwischen unserer heutigen Welt und dem Aventurien, wie es in Quellenbüchern und Regelheften und sowas beschrieben ist, problematisieren. Ich möchte mal behaupten, zumindest die Spielwelt Aventurien, die mir so häufig begegnet, ja, in verschiedenen Spielrunden, die ist ziemlich atheistisch. Ausrufezeichen. Also damit sprichst du jetzt grundsätzlich von den Runden und dem Ausspielen oder wie habe ich das zu verstehen? Ja gut, es gibt ja nur das, es gibt ja nur das, also okay, ist die nächste Schadethese, also es gibt nur das Aventurien, was ich kennenlerne in irgendwelchen Spielrunden, ja, also das, klar, was in irgendwelchen Büchern steht, das mag ja schön und gut sein, aber so wie ich das Aventurien mit Freunden, mit Bekannten, mit anderen MitspielerInnen kennenlerne, ist eine gehörige Dosis Atheismus mit dabei. Ihr habt also keinen Preißgeweihten darunter. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, ist das eben schon eine Herausforderung, für sozusagen so tief in diese Spielwelt einzutauchen, seine eigenen säkularisierten Vorstellungen von der Welt und ihren Abläufen hinter sich zu lassen und so richtig sich da einzufinden, ja, und nicht bloß so zu spielen, als gäbe, so zu tun, als gäbe es da Götter, obwohl man es ja eigentlich besser weiß als heutiger rationaler Mensch im frühen 21. Jahrhundert. Ich glaube, dass der Kontrast zwischen der Welt, wie sie beschrieben ist in Regelbüchern, Quellenbüchern, Romanen und so weiter und wie wir es nach Besten können und Gewissen um Gewissen umsetzen einigermaßen hoch ist und mir es zumindest nicht so leicht fällt, einen überzeugenden Pryos-Geweihten zum Beispiel zu spielen oder an allen Ecken und Enden den Zwölfgötterglauben einfließen zu lassen, alle Handlungen in dieser Weltaventurien auf das Wirken der Götter zurückzuführen, ständig mit irgendwelchen Redewendungen, die sich auf Götter beziehen, um mich zu werfen, das heißt, die Durchdringung der Welt mit übernatürlichen Wesen so stark zum Vorschein ankommen zu lassen, wie es, glaube ich, eigentlich dieser Welt gebührt. Du gehst jetzt auch ganz schön weit, also in der Darstellung von Glauben, wenn du sagst, ich muss ständig irgendwelche Redewendungen einfließen, also das macht ja heutzutage, ich bin gläubiger Christ und ich mache das ja auch nicht jeden Tag, dass ich ständig allen Leuten meinen Glauben ins Gesicht drücke, so hier, da, nimm. Das hat aber auch sehr viel mit unserer Aufklärung, unserer Zeit zu tun, wenn wir vor 500 Jahren gläubiger Christ gewesen wären, hätten wir das zumindest mehr gemacht, sagen wir es mal so. Aber wir sprechen jetzt gerade über den Kontrast in Aventurien und in unserer heutigen Gesellschaft. Und, also, klar, ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst und ich glaube, dass es mir zum Beispiel deutlich einfacher fällt, jemanden zu spielen, der von Glauben erfüllt ist in Aventurien, schlichtweg, weil ich da mehr Vergleichspunkte habe, so, sehe ich vollkommen ein. ähm, ähm, sehe ich genauso, Entschuldigung, das ist eine falsche Redewendung. Ähm, aber ich denke, dass das trotzdem möglich ist. Und ich habe das auch schon erlebt in Runden, dass Leute, die sonst in, in, in ihrem säkularen Leben, was sie für gewöhnlich führen, überhaupt keinen Bezug zum Glauben oder zu Glaubensthemen haben, dass sie aber innerhalb des Spiels sehr, sehr überzeugend sein können, was ihren Glauben angeht. Ähm, denke ich schon, dass das möglich ist. Aber es ist wahrscheinlich viel, viel härter, wenn man, wenn die Kluft einfach ganz groß ist, wenn man, wenn man da, wenn man da viel weiter springen muss, von sich selbst abstrahieren muss und sich da wirklich nochmal ganz empathisch reindenken muss. Aber ich glaube, dass es mit dem Götterglauben in Aventurien, ähm, so ähnlich ist, wie, ähm, mit dem Abschnitt Magie in Aventurien. je nachdem, wie ich mich damit beschäftige, ähm, oder wie viel ich darüber lese, wie viel ich mich einlese, wie tief ich darin versinke, was tatsächlich sehr, für mich eine sehr, sehr bunte Suppe aus, äh, vielen, vielen irdischen Dingen ist, ähm, umso mehr kann ich mich da reinversetzen oder ich habe nur eine grobe Übersicht und möchte in die Richtung was spielen und dann schaffe ich meine eigenen Erfahrungsbezüge, die ich so in meinem Leben gemacht habe und bringe die in Aventurien mit rein. Ja, da mag ich vielleicht, äh, den Fex Geweihten oder die Raja Geweihte oder irgendeinen ganz anderen Glauben, die Nevesen Schamanin, ja, etwas anders ausspielen, als dies vielleicht in diversen Quellen Büchern zu finden wäre, aber das finde ich in Ordnung in der eigenen Welt, dann so ein bisschen eine gewisse, äh, ja, ja, was Eigenes mit reinzubringen. Umgekehrt, wenn ich natürlich selbst im Leben vielleicht nicht besonders viel mit Glauben zu tun habe und die Götterwelt eben als Götterwelt, ja, die griechische Mythologie oder so da für mich stehen habe und das für mich ein Buch mit sieben Siegeln ist, werde ich das je nach Spiel und Abenteuer wahrscheinlich nicht ganz so viel reinbringen und mit rein spielen, wenn ich irgendein, keine Ahnung, je nachdem, was für einen Charakter ich spiele, ich suche mir vielleicht auch entsprechend die Charakter natürlich aus, um eben nicht damit konfrontiert zu werden. Wenn ich mich mit der Götterwelt überhaupt nicht auskenne, würde ich einen Teufel tun und einen Geweihten spielen. Sondern eher dann jenigen, der, der vielleicht irgendwie, ja, nicht ganz so viel damit zu tun hat, ne? Obwohl es schwierig ist, gar nichts damit zu tun haben, denn selbst der Bauer auf seinem Feld hat ja nun seinen alltäglichen Gott, der ihm hilft, das Feld zu bestellen. Obwohl ich das im alltäglichen Leben natürlich nicht unbedingt brauche, also nicht im Spiel jetzt selbst, wenn ich den Drachen bezwinge. Wobei wir da schon wieder bei den Zwergen wären und Angrusch und naja, also egal, wo ich hinblicke, ich finde immer irgendwo ein Gott. Generell zu der Frage mit dem Darstellen oder mit dem Interpretieren ist natürlich auch wieder so ein bisschen mit Hoheit des Spielleiters, finde ich, wenn entweder der Spielfluss gestört wäre oder vielleicht eine Missinterpretation seiner Meinung nach wäre so, wie er die Regeln oder die Quellenbände versteht, dann könnte man natürlich Würfeln auf Götter und Kulte und so weiter. Das macht ja das Ganze vom Rollenspiel überhaupt erst aus, dass Sachen, die man in der wirklichen Welt nicht wirklich versteht oder kann oder wie auch immer durch Proben selbst substituieren kann. Und dann kann man natürlich sagen, aber du weißt jetzt durch deinen Wurf, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Konvent oder der Heilige und so weiter und so fort und man da Hilfe geben würde, wie man so einen gläubigen Charakter besser ausspielen könnte mit Hintergrundwissen. Also ich will es vielleicht nicht zu weit treiben, aber ich glaube, jetzt hat es so ein bisschen gesehen, es gab so ein so ein bisschen schon so eine Art Zurückrudern. Wir haben so angefangen mit Aventurien ist voller Götter und die sind überall und sie haben ihre Bereiche und jetzt klang es, dann sind wir zu so einem Punkt angekommen, ja, aber wie war es dann jetzt so am Spieltisch umsetzt, dass er dann doch irgendwie dann immer uns überlassen und je nachdem, wie viel Kenntnis wir davon haben, so als wäre es so ein bisschen als wäre es so ein possierliches Thema irgendwie, ja, es gibt diese Götter und ja, das ist ja ganz nett und das kann man dann mal so einfließen lassen, aber ich glaube, bleiben wir mal beim Beispiel, Havena, die Havena Bürger und die Efforts einwirken in die Welt und die große Flut, das war jetzt ein x-beliebiges Beispiel, ja, da ist das nicht so sozusagen verhandelbar, ja, wie stark man da jetzt den Effort Glauben irgendwie auslebt. Kommt aber genau darauf an, wie stark du das SSL auslebst, weil ich habe halt auch man muss hart sagen, Runden gesehen, gut, die sind zu Glück oder leider, wie man sagt, amerikanische Runden gewesen, die halt nicht seit Jahrzehnten mit DSA aufgewachsen, die hat Havena beschrieben, das war eine Stadt XY, da habe ich nicht gemerkt, das Leid und die Strafe von Effort und so weiter und so fort, aber ist wieder sehr, sehr vom SL abhängig. Ich kann jetzt von mir zum Beispiel sagen, ich habe jetzt als SL nicht so viel mit Fion am Hut und ich kann mich auch echt hart nicht dran erinnern, wann ich das Thema schon mal irgendwie in einer Runde bespielt habe, dass entweder jemand einen Konflikt mit einem Führunggeweihten hat oder ist überhaupt jemand auf einem Führunggeweihten getroffen. Wie gesagt, die Darstellung der Götterwelt ist sehr SL-abhängig. Aber ich schließe mich dem Imperativ von MLB-Hookie echt jetzt an, also zieh durch, stell die Götterwelt dar und zwar eins zu eins abgestempelt, los. Also entweder wir nehmen das ernst jetzt als Thema und sagen wirklich, also Aventurien, da sieht man an allen Ecken und Enden, dass die Leute davon überzeugt sind, dass Götter irgendwie in der Welt einwirken. Aber dann muss man sich auch versuchen irgendwie da reinzufühlen und am Spieltisch umzusetzen, ja? Oder man sagt eben, okay, zwölf Götter in meinem Aventurien ist halt irgendwie doch nicht so wichtig. Ich glaube, das kommt auf die Runde drauf an. Also ich, ähm, ich habe öfters und immer wieder Spieler, wo ich, ähm, oder ich selbst neige, plötzlich irgendeinen Charakter zu stellen, wo ich mir denke, okay, muss ich mich jetzt mit beschäftigen, äh, wo ich dann einfach viele Sachen einfach erfahre. Entweder durch den Spieler, der plötzlich auf die Idee kommt, einen Geweihten zu spielen, des Rashtula-Glaubens, also irgendein, also nicht Geweihten, sondern jemand aus dem, ne, da war ein Charakter und das war so ein Rashtula-Gläuble. Ja, ich denke mir, hu, ja, und dann fängst du dich an, halt damit zu beschäftigen, dann lernst du echt Sachen kennen, ne? Oder in unserer HW-Ner-Runde, ähm, ja, da ist es halt nicht der Effert-Geweihte. Jetzt ratet mal, wen er spielt. Ja, komm, spann uns nicht auf die Folter. Irgendwas mit trocken und heiß, oder wie? Nein, 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 tatsächlich den, äh, den großenden, wartenden Gott, den, äh, Bruder von Effert sozusagen, ähm. Woran? Nein, 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 ist nicht im Zwölfgütter-Pantheon, ähm, komm jetzt nicht auf den Namen, Gott, manchmal, kennt ihr das? Da liegt der Name auf der Zunge. Ja, Nominoro. Nominoro, ja, genau. Nominoro-Geweihten hat man dann plötzlich in HW-Ner, ne? Und, pack, setzt man sich dann auf einmal mit, mit, mit den Sachen auseinander. Also, ich glaube, es kommt einfach auf die Runde. Es reicht, dass da nur ein Spieler irgendwas mit Facts zu tun hat und schon hast du die Götter da drin und kommst nicht drumherum als Spielleiter oder eben irgendwie die anderen mit in diese Göttersache reinzuziehen. Und es muss ja nicht so, ich sage immer, das muss ja nicht immer alles so fest gemeißelt sein. Das ist, es ist ja nicht alles in Beton gegossen. Je nach Runde, ne? So, mir hat es auch am Anfang dargestellt, ja? Als wäre es so in Beton gegossen. Abenteuer hier, dort, Polytheismus, hier, Monotheismus, dort Animismus, dort Dualismus. Also, das ist eine Frage des Ausspielens, ne? Also, dafür ist es ein Rollenspiel, es kommt drauf an, was du draus machst und auch, was der Runde halt einfach Spaß macht. Ich nehme den Imperativ natürlich immer gerne mit, weil mir das halt auch einfach wichtig ist, also diese Götterdurchdrungenheit darzustellen. Ich denke, dass mir das in meiner Hauptrunde auch ganz gut gelingt. Ähm, da ist es aber auch natürlich so, also, es wird ja jetzt nicht radikal alles verändern, was ihr spielt, wenn ihr das jetzt versucht umzusetzen, sondern es wird erstmal ein paar Facetten verändern, Vielleicht ein paar Charaktere noch verfeinern. Nicht jeder x-beliebige NSC, den ihr am Straßenrand trefft, wird euch sofort einen von Fex an die Backe klatschen. Ähm, oder von Pryos. So. Sondern der wird erstmal eure Frage nach dem Weg vielleicht beantworten. Dann seht ihr nie wieder den guten Alrik. Ähm, von daher, ähm, von daher ist das wahrscheinlich auch einfach, äh, ist das wahrscheinlich auch einfach eher eine Frage des Hintergrunds. Wie stelle ich meinen Charakter oder wie stelle ich auch die Welt, in der ich spiele, nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter dar? Ich habe das Gefühl, dass den Glauben von Personen darzustellen, diese Person immer nochmal glaubwürdiger macht, unglaublich Tiefe verleiht und extrem intensive Spielszenen provoziert. Also, ähm, im Prinzip jede Szene, die irgendwie mit dem Glauben von irgendeinem Charakter zu tun gehabt hat. Da erinnere ich mich noch lange dran. Und die sind immer extrem persönlich. Die machen den Spielerinnen und Spielern auch immer unglaublich viel Spaß, die das dann verkörpern. Natürlich würden die das nicht machen, wenn, wenn die da nicht sowieso eine Affinität zu hätten, ne, wenn die das nicht sowieso darstellen wollten. Aber ich persönlich habe das Gefühl, durch Glaubensdarstellung und eine glaubhafte Götterwelt im Hintergrund kann man viel im Rollenspiel dazu gewinnen. Glaube sind ziemlich persönliche Sachen. Ich finde, es kommt noch als Punkt hinzu, dass durchaus sehr, sehr, sehr schöne Gespräche und Diskussionen entstehen können, wo sich der Spielleiter einfach mal zurücklehnen kann. Und, ähm, sei es incorrect, der eine hat nicht so viel an, und der andere mehr. Und dann passiert da super, super viel, auch an Wissen, was sozusagen rüberkommt. oder da sind tatsächlich zwei, zwei oder drei sogar Kenner, die dann anfangen, wirklich Diskussionen zu führen. Da muss ich noch so dran denken, wie ein Praios-Geweihter mit einer Nivesen-Schamanin zusammengekommen ist und plötzlich der Praios-Geweihter versucht hat, in seiner Welt diese Wölfe einzuordnen und wie er sie dann vierund zugeordnet hat. Also das sind so einfach unheimlich interessante Diskussionen, die entstehen, wo man, ich sag mal, auch viel Wissen sammelt darüber. Umgekehrt ist natürlich, ähm, jetzt die Sache, der Götterglaube in Aventurien ist ja nicht rein göttlich, so wie, so wie unser irdischer Glaube an Gott, sondern der ist ja auch stark geprägt von, von, von Mythos, was wir aus der griechischen Mythologie zum Beispiel kennen, und aber auch sehr viel Fantastik, Fantasie. Ähm, allein die Erschaffung, das Einwirken der Götter muss ich so oft an, an Herr der Ringe und, ähm, das ganze Drumherumdenken, ähm, also nicht an Herr der Ringe die Geschichte selbst, aber zum Beispiel der eine Widersacher, ne, und, also das sind auch einige Dinge, die damit einfließen, was wiederum für uns vielleicht, ähm, Menschen jetzt nicht so viel mit Glauben zu tun hat, sondern mehr mit, ja, fantastischen Sachen mit, 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 ähm, und das ist aber alles mit in den Göttern verwoben drinnen, ne, weshalb man nicht unbedingt manche Dinge oder manche mythischen Dinge oder mystischen Dinge, sei es irgendwas, was aus irgendwelchen Wesen, die aus der Unterwelt heraufsteigen oder Dämonen oder irgendwelche Wasserwesen, die man vielleicht eher dem Zutulu-Glauben, also dem, dem, sag ich jetzt, ich bin schon so im Glauben drin, also dem Zutulu-Kult zuordnen würde, die sind ja in Aventuin verankert, ähm, das schreibt man ja nicht gleich direkt einem Gott oder dem Glauben zu, aber verbunden ist es damit ja direkt eigentlich. Ja, ich muss mal das Amt meines Moderators aufgreifen, wir sind schon über 45 Minuten, wir müssen mal so langsam ein Wrap-Up finden, äh, von jedem Schlusssatz, in Anführungszeichen, zumindest für die heutige Folge, ich denke, das Thema Götter ist halt noch lange nicht vorbei und bevor wir, äh, auf, einzelne Götter eingehen, sollten wir da glaube ich nochmal eine Runde drehen, können wir nochmal diskutieren. Ja, wer möchte, äh, das Ende einläuten und nochmal so Schlussplädoyer halten? Der, MLB-Rookie hat so einen guten Advocatus-Diavoli heute gespielt, der kann damit mal anfangen. ja, ja, also ich wollte, ähm, nur, das Thema so ein bisschen in die Richtung, äh, lenken, zu der spannenden Frage, ja, wie stellt man, wie kann man, äh, Glaube oder auch Nicht-Glaube, ja, Skepsis oder auch, oder Inbrunst, Glaubens-Eifer irgendwie am Spieltisch, ähm, darstellen, ja, ich interessiere mich dafür, für die sozusagen, für die Rollenspielpraktische Umsetzung, ähm, all dessen, was man so, jetzt im DSA-Universum über, ähm, Götter, äh, lesen oder auch nicht lesen, ähm, kann und ich glaube, da spielen eben ganz, ganz interessante, ganz interessante Fragen mit rein und ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken, ähm, glaube ich, dass, äh, ein Stichwort von Pölle, äh, dass eben der Spielwelt Tiefe verleiht, ja, dass Facettenreichtum, äh, reinbringt, spannende Fragen, vielleicht auch Konflikte aufwirft und, äh, dass es sich, glaube ich, lohnt, sich darüber Gedanken zu machen, wie, ähm, kann man, von mir aus, Zwölfgötterkult, ja, oder andere Kulte, in seine Spielwelt irgendwie einfließen lassen, ja, was bringt einem das und, ähm, oder was vielleicht auch nicht. Ja, was soll ich sagen, zu dem Punkt sind wir ja gar nicht so ausgiebig gekommen, wie setze ich das am Rollenspieltisch um überhaupt, also, du hast mehr oder weniger in den Raum geworfen, dem begegne ich halt nicht, ne, aber wie kann ich dem besser begegnen oder wie setze ich das um oder, ähm, was macht eben dann die Raja-Geweihte, den Fex-Geweihten, ist das der Dieb ums Eck, der den Fex-Geweihten ausmacht oder was ist es, ähm, ich glaube, dazu bedarf es ohnehin einer eigenen Folge zu den einzelnen Göttern wahrscheinlich sowieso mit ihren Widersachern, also, ich glaube, das ist ein Thema, das uns durchaus länger beschäftigen kann, der eine wird, oder der andere wird vielleicht auch seinen Gott, äh, Lieblingsgott haben oder nicht, ähm, ja, von daher als Abschlusssatz, hört euch die Vorfolge an, wo es um das aventurische Jahr ging, was ja auch schon so stark mit den Göttern verwoben ist, dazu an, und wenn ihr die Folge gehört habt, ähm, ich denke, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dazu, ähm, machen. Ja, was soll ich dem denn jetzt noch hinzufügen? Also als Fachmann? Super, Rap-Up, danke fürs Gespräch. Okay, ja, also, ich, äh, halte immer das sehr persönliche Plädoyer eigentlich bei jedem Thema, egal, mach so, wie es für dich richtig anfühlt, wenn für dich, der Prei ausgeweitet, der 0815 Inquisitor ist, weil du den in deiner Story brauchst oder den toll findest, mach das, wenn das halt aber einfach ein treuherziger Kerl ist, der einfach nur nicht lügt und sonst ehrlich ist und versucht für Gerechtigkeit einzustehen, ohne sofort jede Hexe und jeden Magier verbrennen zu wollen, dann ist das auch okay. Benutz die Götter so, wie du sie gerne in deiner Geschichte hättest und, äh, hab Spaß dabei, denn ich hoffe, darum geht's in unserem Hobby, Spaß und, äh, was auch immer dabei zu haben, was du gerne dabei hättest. Gut, jetzt mach ich aber Deckel drauf, heute nach 50 Minuten, wieder eine neue Folge, neue Aventurien, vielen Dank, Juli, fürs Mitmachen, danke Emil Beruki und danke Pölle und, äh, danke dir auf jeden Fall da draußen, gib uns gerne ein Feedback, wo auch immer du uns hörst, gib uns eine gute Bewertung und, äh, ja, vielleicht auch Themen, die dich, äh, in Zukunft interessieren könnten, weil, äh, ja, dann können wir, äh, als Podcaster-Team eher auf deine Bedürfnisse eingehen. So, genug gebabbelt, ciao, bis zum nächsten Mal. Juhu! Und, äh, Untertitelung. BR 2018